Hast du gerade über mich gesagt, über Kurden was gesagt? Guck mal, wer Fitna macht. Siehst du? Wer hat was gesagt? Du hast gesagt, wer sind diese Kurden, Murden und die Reden hier? Hat keiner gesagt, das hat keiner gesagt. Das ist nur Fitna. Ja, komm mal, was bist du, Landsmann, Bruder, wenn ich fragen darf? Marokkaner. Ich bin mit Bruder von dir jetzt, siehst du? Warte mal, warte mal, ich bin immer freundlich, ich bin 38, ja? Ich hab schon mein Leben, ich nicht mit Bruder. Parello, du und Ozan. Ozan, morgen bin ich bei dir. Mach dir keinen Kopf, ich hab schon deine Adresse schon gekriegt. Wo oben bin ich bei dir? 100%. Ibo, ich bin reingegangen, guck mal, ich kenn Hamza. Ja. Ja, ich bin reingegangen, ich hab gesagt, Salamu Aleikum, Bruder, ich hab die alle ganz normal begrüßt. Ich hab gesagt, guck mal, mit mir, ich rede immer mit Adept, mit Terbiyah, mit Ahlach. Ja, ich bin, jeder kennt mich auch, ganze Essen, ganze Deutschland. Ich hab auch stabile Onkels aus Berlin, jeder kennt die auch, Arafat kennt die, ich kenn Arafat sein, große Bruder Ali. Ja. Ich meinte, du, die war alles gut. Und dann fangt er, dann fangt der andere, macht einander runter, dann macht der andere. Ich ruf mal Arafat, ich frag mal, Arafat, wer ist diese Kürti Ibo, der bettelt hier. Ja, was hab ich dir getan, dass du über mich so redest? Ich? Nee, nee, der unter dir. Der Barello? Ja. Aber warte mal, wer hat denn gesagt, Hand runter, das war Hamza selber. Nee, du warst das. Ibo, ich war am Trinken. Ozan, du warst das, ich hab deine Stimme gehört. Ja. Kanntest du die beiden vorher, bevor du reingegangen bist? Hast du mal Videos gesehen von denen? Noch nie? Nein, nicht so, nicht so viel. Egal, wer hier reinkommt, sogar wenn ich reinkomme, das ist deren Content. Die machen das immer, Bruder. Die meinen das aber nicht ernst. Du darfst das nicht ernst nehmen. Ich sag dir nochmal, ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die Anfang angesagt. Wenn ich Anfang gesagt habe, guck mal, Bruder, ich bin nicht euer Alter, ich bin nicht euer Alter und ich komm mit Respekt rein. Ich will auch, dass ihr mich respektiert. Sehst du, wer ist das? Wer ist das? Erklär mir mal das. Von mir kam das. Ja? Weißt du was? Weißt du, was wir machen? Wir beenden das Thema. Ich komm und ich besuchen, kein Problem. Den Momo? Mich? Wieder will uns besuchen kommen.